Hi Leute, das heutige Video ist gesponsert von Rise of Kingdom. Rise of Kingdom ist ein Strategieaufbauspiel für euer Smartphone oder auch den PC. Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn ihr das Spiel über meinen Link herunterladen könntet. Wenn ihr Level 5 erreicht, würdet ihr mich damit sehr unterstützen und ihr könnt auch gerne meinem Bündnis beitreten. Spielestyle einfach bei Bündnissuchen und der Link ist in der Videobeschreibung und in den Kommentaren. Danke für die Aufmerksamkeit und danke fürs Sponsoren an Rise of Kingdom. Warum ist es auf Bergen drauf, aber hier oben ist zum Beispiel kein Teleportationspunkt? Ach, wieso quälen die uns nur so? Was soll das? Ich verstehe es einfach nicht. Wieso hat man hier keine Teleportationspunkte gemacht? I don't understand. Kann man hier eigentlich klettern? Oh, hier kann man klettern, oh. Können wir das ja ausnutzen, dass wir hier eine relativ hohe Position haben. Das scheint eh einen Weg darüber zu geben. Oh, never mind. Es gibt keinen Weg darüber. Und hier hoch geht's auch nicht. Doch. Okay, also wenn das nicht reicht, um darüber zu gleiten, dann glaube ich, deinstalliere ich jetzt das Spiel. Oh, es reicht nicht, um aufs Schloss zu kommen, aber zumindest um kurz davor zu kommen. Ja, wobei, vielleicht reicht es sogar. Ah, ich hätte den roten Federfächer noch auspacken müssen. Ah, ne, es reicht sogar so. Noch einen boosten, wir sind eigentlich oben. Nice. Und wo ist der Teleportationspunkt? Er ist natürlich unten, oder? Nicht dein Ernst. Ich glaube nicht, dass der Teleportationspunkt da oben ist. Ja, ich glaube nicht, dass der Teleportationspunkt da oben ist. Ich glaube nicht, dass der Teleportationspunkt da oben ist. Ich glaube nicht, dass der Teleportationspunkt da oben ist. Ich glaube nicht, dass der Teleportationspunkt da oben ist. Ich glaube nicht, dass der Teleportationspunkt da oben ist. Ich glaube nicht, dass der Teleportationspunkt da oben ist. Ich glaube nicht, dass der Teleportationspunkt da oben ist. Was Wichtigste bedeutet, dass der Teleportationspunkt dabei sind, ist, dass sie sich auch andere Problemen in dieser AREA tun. Fragen? Hast du zwischendene Angst in einer anderen Qualität herbeizone? Um, dies geschieht, kann es nachher erledigen. Die Frage wird später erwähnen. Nach dem Moment, wir kommen mit einer mehr wichtige Arbeit. Lass uns das Show zurück in den Weg. Wobei der Buch ist direkt vorne von uns. Ohh, das Film ist nicht gleich hier. Ich will, nicht nur hier stehen. Aber wo ist der Teleportationspunkt? Ich verstehe das nicht. Ich meine, ich bin halt nicht auf den herkömmlichen Weg reingekommen, aber... Hm. Majestic, aber fröhlich. Vast, aber vulnerable. Dieser Domain meint und mich schützt. Sie bedeutet, dass sie noch nie gesehen hat, dass sie so eine extravagante Mirage gesehen hat. Und sogar sie ist enttäuscht. Hm. Ist auch immer das gleiche im Endeffekt. Mehr oder weniger. Markiere deinen Blick auf der Zielmarkierung stand da. Sag ich doch, ist immer das gleiche. Einfach hin und her bewegen, bis du den Kreis bekommst und dann... Oh. Wait, what? Wait, what? Ja. Um dich herum hat sich etwas geändert. Hä? Das war doch gerade eben auch schon. What the fuck? Ich verstehe das Spiel manchmal einfach nicht. Ich verstehe es wirklich beim besten Willen nicht. Warum muss ich das jetzt zweimal machen? Oh, eine Kampfchallenge. Oder? Safe. Ich verstehe es. Es ist ein Kastell hier. Aber einige Punkte sind weg. Fischel? Ist das dein? Um. Ich verstehe es einen Moment, um... Ich verstehe es. Reminiscieren. Mein Freund, Sie können sich daran erinnern, dass das ist das Kastell, das dukastellst, dass du in einem Moment, in einem Moment, in einem tiefen Strasse. Oh, es geht nicht so. Oh, es geht nicht so. Ich verstehe es. Ich verstehe es. Ich verstehe es. Ich verstehe es, dass zwei Pfeier sind gerade aus meinem Domain. Also, wir müssen finden zwei Pfeier verletzten. ... Sprecher hinter einem Dachstuhl des Drogens. Sie sagte, Suche wundervolle und kompassionale Worte könnten nur von deinem eigenen Rücken, Mayne, Fräulein. Hm. Ja, der König ist, dass alles, was ich beschrieben habe. Die Schäden, die hinter den Seelen, sind unverschuldig. Die Prinzessin Fischl wieder weitergearbeitet ihre Song. Und die interwoven Chords von ihren Sagitteln wurden die Immer-Nachtreichs-Hymn. Hähem. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Warum kann man denn nichts ändern in seinem Blickfeld? Meine Güte, ey. Ich weiß nicht mal welchen von beiden Klötzen, ey. Nee, das ist einfach nur ätzend jetzt. Der Kleine ist es. Ich muss aber persönlich zugeben, für das, was man hier machen muss, sind die Belohnungen ein schlechter Witz von den Aufträgen. Also der Zeitaufwand und die Anzahl der Rätsel, die man löst, im Verhältnis zu den Belohnungen, ist wirklich ein schlechter Witz. Du hast 30 Urgestein für 2 Stunden deiner Zeit und 70 Rätsel, die du lösen musst. Da muss ich schon sagen, bin ich schon sehr enttäuscht, aber das ist ein Witz, mehr nicht. Und ich meine, die Rätsel wiederholen sich einfach nur die ganze Zeit. Du hast es einmal gelöst, du weißt, wie es geht und danach wirst du es einfach nur noch immer das gleiche und immer und immer wieder machen. Finde ich es echt nicht gut gelungen, muss ich ehrlich zugeben. Ich meine, es sieht cool aus mit den Schlössern und so. Also ich meine, Fisch ist von jetzt, vom Design her, auf jeden Fall das coolste. Kasuas fand ich persönlich sehr langweilig. Das von Jinyan war ein bisschen besser. Aber das Drumherum ist halt irgendwie, es nervt halt mehr, als dass es Spaß macht. Und die Belohnung sorgt halt nicht dafür, dass man sich dann besser fühlt danach. Also ich zumindest überhaupt nicht. Wir haben sich jetzt schon an Zeiten, wie diese Legendenaufträge von dem Ding gesteckt haben. Ich glaube insgesamt gab es 150 Urgestein dafür. Das ist schon ein bisschen ein Joke. Das ist schon ein Joke. Das war's für heute. Okay. so funktionieren die luftströme nicht wenn die Leute sie besucht haben, sie antwortete ich mich über die Städte in den Städten ich mich beteilte, und mir die schönsten Wälder in der Wunderschöne Glocke, in der Eterne Ah, jetzt müssen wir noch in die andere Richtung, oder was? Wow. Das war jetzt quasi nur Teil 1 von Teil... Das war Teil 1 von 2? Vom ersten Teil. Wow. Nicht dein Ernst, naja. Genau das meine ich, dafür kriegst du am Ende 30 Urgesteine. Das ist halt ein Joke, ein schlechter. Aber ein verdammt schlechter. Ja. Ja. Ich bin der Wettbewerb von Gugwai. Ich bin der Wettbewerb. Der Wettbewerb zeigt euch das Leben. Es ist Zeit, um zu schützen. Wir müssen da rüber. Habe ich das schon gemacht? Ja. Was? In deinem Sichtfeld gibt es nichts zu verändern? Was habe ich das andere noch nicht gemacht? Doch, habe ich. Okay. Okay, aber wie komme ich da jetzt hoch? Geh! 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 Geh. Wir haben's. Ach, wir müssen noch zurück. Wir haben's. Wir haben's. Wir haben's. und Ozean, bevor sie auf ihre Menschen gegründet haben, die Städte und Stadt. Mein Magnifizierter Kingdom ist ein klein und verabschiedes Paradies. Das klingt wie ein glückliches Ende von Paimon! Die Städte, die sind abfahrt und die Städte